Wow, da hinten ist irgendwo wieder so ein Spammer. Was ist denn das? So, wer hat der Hack? Ja, hier werden wir natürlich nicht rumdrücken können, aber vielleicht können wir Akazuki und die anderen beiden Killhacken aufhalten. Oder so ein bisschen in die Mitte schießen. Ja, hey, also mit zwei Ruhr-Enkeln, da kann ich da nicht mehr über. Detonation auf die Aki, Texas, kleiner Japaner. Ja, Vorsprung durch Technik. Der hat aber auch den Japaner rausgekloppt. Naja. So, Wodka, eins. Reißwein, null. Lassen wir uns in Europa Gedanken. Lassen wir doch die Japaner das machen. Ah, schön, ne? Ich frag mich auch, wo, ähm, die ganze Munition, die so eine Aki jetzt verschießt, ne? Wo sollen das bitteschön alles auf dem Kutter gelagert sein? Das geht ja gar nicht. Die steppt er hinten und unten mit dran. Ja, genau, richtig, ja. Das ist so wie beim Eisberg, ne? Vier fünftels Unterwasser, oder so, ne? Ja. Das ist so witzig. Vertraue, glaube ich, wir verscheinander. Cho recom?